moin moin liebe freunde herzlich willkommen zurück bei der saison nummer zwei mit dem virus hallo mit dem camillo wohningen und wir sind in china und dann wollen wir doch gleich mal loslegen da gibt es die erinnerung an china ja der start der neuen saison fängt richtig geil an total der einheitlich drauf der einen hat sich noch 16 17 platz tschuldigung ja hier leuchtet es aber wie du so für die leute die jetzt hier gerade dass die zweite saison gucken wir haben gesagt die facebook mal drin haben uns so gedenkt das schwer doch mal eine geile sache und zu dem sache ja wir nehmen immer zwei rennen wenn wir auf wenn wir aufnehmen und wir sitzen hier wir nehmen aufnehmen immer zwei rennen auf einmal auf das heißt wenn irgendwelche veränderungen oder irgendwelche verbesserungsmöglichkeiten dann einfach bitte in die kommentare und warten bis wir dann beim nächsten mal aufnehmen gucken dass was berücksichtigen und wenn ich dann ist es okay dann lass uns doch trotzdem wissen ob das gut ist johol oh endlich darf ich raus johol china kennen wir doch noch da gibt es diese schönen kurven sofort nach start und ziel diese langsame eier kurve hier ach jetzt habe ich nach wetter gar nicht geguckt guck mal sieht nach regen aus nachher ich würde es nicht hoffen ja diese strecke wird wieder eine arbeiterstrecke also ich muss mal wieder arbeiten wie sau ist aber auch wieder so nicht so wie abu dhabi was andere war usa glaube ich das rauf und runter ja das ist hier hast du auch leicht aber hier machen mehr die lang gezogenen kurven sind hier das problem jetzt fahren hier welche raus das wird jetzt nicht gut die bremse ich habe hamilton vor mir davor ist auch alle aber kann ich jetzt nicht erkennen ich meine wer von rot gewesen aber ja es ist es jetzt fahr doch du lauch abgeschießener hohen kaum ist die hamelwurst wieder draußen schon machte theater ein nückel da um die kurve als hätte was will der mit zum auto wenn er nicht richtig fahren kann wie das noch mal wer im glashaus sitzt darf den größten stein ever schmeißen da fasst den gleichen absatz zu hamilton und zu keine ahnung war doch von mir rein können da könnte es doch ferrari sollte man meinen ja okay der fetter der rei können ab jetzt für red bull bitte nicht oh virus sehr schlechte zeit das war egal ob es erst mal eine lebenszeit eine zeit von ihr lebenszeit weiß ich meine ein lebenszeichen so rum ich glaube meine zeit wird nicht so gut ne kürze leider doch boxen stopp meine zeit war so grottig alter was man nach start und ziel und diese kurven jeder schleicht haben sie sich wahrscheinlich damals gedacht konfuzius sagt nur kurve ich macht spaß ne kurve machen ja auch spaß trage mich nicht aus ich bin ein wichser die sind gut diese lang gedehnte kurve alter da ihr habt mir jetzt eine ganze fette sekunde und 500 zu gekostet dieses blöde scheiß sein ja das war zu spät tritt mal durch hier oder hoch kommt ist halt immer noch ein rennauto und kein space shuttle saublöder und saublöder ach da hat die hemmelwurst sich davor gequetscht da hier geht's lang daniel wo ist die begrenzungs tafel hier vorne ok hier darf man wieder mit 80 durch ok schon wieder die box ganz hinten nur die fettersten kriegen die besten plätze zum zwei jahre 100 kilo rennfahrer ganz vorne so lange die kurve ist er hasse hat mir wieder viel zeit gekostet das klingt immer so als einer kacken wüste ich wollte ja das ist aber ich glaubst du weitergucken training bewölkt quali fein bewölkt und rennen sonne bau haben wir glück ach scheiß auf diese dreckskarre alter mein gott noch mal da hat es den virus schon geleder ich hatte wieder eine gute zeit ja session beenden fickt dein hirn gut ok dann fahr ich jetzt nicht noch mal raus dann würde ich sagen wir sehen uns im vorliefern wieder haut rein ciao